Ja, zurück aus den Weihnachtsferien und über die Weihnachtsferien trifft man die Verwandtschaft, muss ganz viele Tech-Support-Sachen klären und eine Frage kommt da auch immer wieder. Raphael, mein Handy hört mich ab und spielt mir danach Werbung aus. Gell, das ist doch so. Nun, diese Frage kommt sehr, sehr oft auch beim Tagesanzeiger, bei der Zeitung, wo ich arbeite und hier auf YouTube höre ich es auch immer mal wieder. Mein Handy hört mich heimlich ab und danach kriege ich Werbung ausgespielt. Nun, wir können diese Frage nicht abschliessend beantworten, weil mit hundertprozentiger Sicherheit kann man hier gar nichts ausschliessen, aber mit ziemlicher Sicherheit schon. Und ich habe zwei Argumente, die ich jeweils ins Feld führe, wenn die Diskussion wieder in diese Richtung geht. Erstens, Argument Nummer eins. Nehmen wir mal an, es wäre tatsächlich so und Google, Facebook, Apple, Samsung, wer auch immer der Bösewicht ist, würde das machen. Nehmen wir das mal an. Was würde wohl als nächstes passieren, wenn das auskäme? Man stelle sich das doch mal vor. Angenommen, wir nennen es jetzt Firma X, dass da niemand besonders beschuldigt wird. Angenommen, Firma X hätte das gemacht und tatsächlich heimlich die Mikrofone aktiviert und die Daten dann an Werbefirmen verkauft. Oder vielleicht ist Firma X ja sogar die Werbefirma. Das gäbe ja einen enormen Skandal. Was für einen Vertrauensverlust. Und wie, bitteschön, sollte eine große Firma sowas geheim halten? Große Firmen haben sehr, sehr viele Mitarbeiter, die top motiviert sind und die alles für die Firma machen. Aber sie haben immer auch Mitarbeiter, die Dienst nach Vorschrift machen. Und dann haben sie Mitarbeiter, die keine Lust mehr haben. Und dann haben sie Mitarbeiter, die rausgeworfen wurden oder die sonst miese Laune haben oder die ihren Chef anschwärzen wollen. Kurz, Großkonzerne haben immer ganz, ganz viele Leute, die plaudern. Und angenommen, Firma X hätte tatsächlich so ein geheimes Abhörprogramm und würde das an Werbekunden weiterleiten. Da gäbe es ja so viele mögliche Personen, die das verraten könnten. Sowas kann man ja nicht geheim halten. Das wäre so unendlich komplex. Und angenommen, man ist wirklich dieser vergraulte Mitarbeiter und möchte jemandem eins auswischen. Das wäre ja so verlockend, das jemandem weiterzuerzählen. Nein, also das Risiko, dass es rauskommt, ist so exorbitant hoch. Und das Risiko, dass es dann, wenn es rauskommt, was danach passiert, ist auch exorbitant hoch. Das sind ja alles börsenquotierte Firmen. Das wäre so ein enormes Risiko für die Firma, wenn sie sowas machen würden. Und wenn es dann rauskommt, meine Güte, also der Firmenwert danach gleich null und die Aktionäre wären nicht sehr glücklich, wenn man sowas machen würde. Nein, selbst wenn eine Firma sowas machen wollte, das Risiko ist es vermutlich nicht wert. Argument Nummer zwei, warum es nicht nötig ist, das ist Mathematik. Ja, wir glauben immer, wir seien unglaublich einzigartig und super speziell. Sind wir leider nicht. Wenn man das mal auf einer Meta-Ebene beobachtet, weil diese Firmen, die haben ja alle tonnenweise Kunden, Millionen und Milliarden und dann findet man Muster und Zusammenhänge. Die Rede ist ja jeweils von Metadaten. Also wer hat mit wem Kontakt, wer hat wann was gemacht. Es muss gar nicht um den Inhalt gehen, das reicht eigentlich schon. Aber es muss nicht der Inhalt abgehört werden. Man kann anhand von ganz, ganz simplen Daten, die auch überhaupt, natürlich die auch immer wieder mal ein bisschen umstritten sind, wie Geodaten und solche Sachen, aber trotzdem anhand von relativ simplen Daten kann man schon wahnsinnig viel machen. Und ich habe es neulich auch mal erlebt. Wir hatten Besuch und sind dann irgendwann auf meine Technika, wie nennt man das auf Hochdeutsch, meine Mütze, die ich sehr gerne trage, da mit dem San Francisco Giants, die Baseballmütze, die ich gerne trage. Baseballmütze ist der richtige Ausdruck. Wir nennen das Käppli. Die Baseballmütze, die ich trage, die ist schon ein bisschen ausgeleiert. Und dann haben wir gemeint, ja, kauf dir doch mal eine neue. Dann habe ich so angefangen zu googeln. Dann habe ich irgendeinen Store gefunden, der die tatsächlich verkauft. Und dann habe ich es wieder vergessen. Fünf Minuten später sagt der Besuch, du guck mal, in meinem Instagram kam Werbung für diesen Store. Ja, logisch, weil der war bei uns im WLAN drin. Und die haben natürlich gesehen, jemand in dem WLAN hat nach dem Store gegoogelt. Und ja, da ist die Chance hoch, dass die Person, die wissen ja nicht mal zwingend, ob es eine andere Person ist, aber dass die andere Person, die auch in dem WLAN ist oder das andere Gerät, das reicht ja schon, da vermutlich auch ein Interesse dran besteht oder die Chance relativ hoch ist. Und schwupps, hat es halt schon gereicht. Ja, das Ding ist anhand der Metadaten reicht es meistens schon. Häufig höre ich auch den Fall, wir haben neulich das und das gesucht und dann haben wir Besuch gekriegt und danach haben die auch Werbung dafür gekriegt. Ja eben, wenn man es halt selber schon mal gesucht hat, weiss das Internet, ganz banal gesagt, Raphael hat Interesse daran und wenn sich jemand in die Nähe von Raphael begibt, was man ja sieht, ja dann steigt die Chance, dass da auch ein Interesse dafür besteht. Und so kann man da schon unglaublich viel machen und das reicht eigentlich auch. Da braucht man kein aufwendiges Inhaltsauswertesystem. Das sieht man ja auch bei den Geheimdiensten, Metadaten reichen meistens schon völlig. Wenn man dann irgendwo einen Fall hat, wo man sich nicht sicher ist, kann man dann mal gezielt da ein bisschen Ressourcen drauf werfen. Aber meistens reicht es schon, wer hat mit wem Kontakt, wer war wann wo und solche Sachen. Da braucht es keine Abhörmethoden, wo da eben das Handy mithört, was Raphael jetzt gerade erzählt hat und was er gerade für Interessen hat. Darum sage ich immer, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man abgehört wird vom Handy. Aber mir ist es heute auch wieder passiert. Wir hatten Besuch die letzten Tage und irgendwo zwischendurch haben sie mal nur so en passant erwähnt, und als Geburtstagsgeschenk habe ich so einen Labeldrucker gegeben. Sei aber schon irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, irgendwann Anfang Herbst oder schon Ewigkeiten her. Da habe ich noch gefragt, wie funktioniert denn der? Hatte so ein Display, haben sie gemeint, nein sei vermutlich mit Bluetooth oder so, aber man könnte es mit dem Handy nutzen. Und die Diskussion war vorbei. Heute ist der Besuch wieder abgereist und ich habe da ein bisschen im Netz gesurft, mich noch ein bisschen schlau gemacht, wie es da mit der Apple Watch weitergeht und dem Patentstreit in den USA. Und jetzt müsst ihr mal schauen, was ich für eine Werbung gekriegt habe. Ein Bluetooth-Label-Drucker, meine Güte. Also da muss, selbst mit meinem gesammelten Wissen und meinen Argumenten dagegen, dass man von den Handys abgehört wird. Also das ist schon beeindruckend, wie diese Werbung jetzt aus dem Nix gekommen ist. Klar, sie haben offensichtlich mal Labeldrucker ausrecherchiert oder sich darum gekümmert, dass das ein Geburtstagsgeschenk war. Aber dass sich das Ding jetzt ausgerechnet daran erinnert hat, wo sie bei uns zu Besuch waren und wir darüber gesprochen haben, meine Güte, meine Güte. Also da muss man sich wirklich nicht wundern, dass Leute das Gefühl haben, die Handys hören einem ab. Das System ist einfach wirklich sehr, sehr gut. Ich habe also wirklich sehr, sehr ungläubig geguckt, dass da dieser Labeldrucker kam. Und nein, keine Sorge, hier folgt nicht demnächst eine Review über Labeldrucker. Dazu bin ich viel zu unorganisiert, dass ich da irgendwo Labels dran kleben würde. Aber nein, ungefähr so beantworte ich jeweils die Frage, ob uns die Handys abhören. Oder auch die Smart-Lautsprecher, die Fernseher und alles. Erstens, das Risiko macht es nicht wert für die großen, großen Firmen. Bei kleinen Firmen kann es sich durchaus rechnen, so etwas zu machen. Aber kleine Firmen gibt es jetzt nicht so viele, die Produkte haben mit Mikrofonen, die das könnten. Und technisch ist es auch schwierig. Also, daher ist es schon mal sehr, sehr unwahrscheinlich. Und dann eben das ganze Argument mit den Metadaten, dass man es eben auch ohne kann. Darum bin ich ziemlich sicher, dass sie es nicht machen, die großen Firmen. Aber, wie gesagt, mit hundertprozentiger Sicherheit kann man das nicht sagen. So gern man das auch würde und so gern ich das auch würde. So, und jetzt seid ihr gefragt. Habt ihr noch bessere Erklärungen dafür oder habt ihr gute Beispiele, wo es wirklich unglaublich spooky war? Dann unten in die Kommentare damit. Ich bin da auch immer sehr gespannt. Und ihr seht es ja selbst. Ich argumentiere immer, es ist nicht so. Und dann kommt da dieser Labeldrucker daher. Und ja, selbst ich musste da ein paar Mal leer schlucken. Falls das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Falls ihr findet, und Sie hören uns doch ab. Daumen nach unten. Raphael hört uns auch ab. Der macht nämlich immer die Videos, über die wir vorher gesprochen haben. Das wäre ja spektakulär. Unbedingt Abo abschließen. Dann seht ihr auch die Videos, wo ihr vorher darüber gesprochen habt. Und dann sehen wir uns schon bald im nächsten Video.